Hallo und willkommen bei Frontal Filmwerke. Heute kommen wir zu dem Q&A. Also auf zu euren Fragen, die ihr uns auf Instagram oder auf einem Beitrag auf YouTube gestellt habt. Dabei werden wir aber wechselnd erstmal Beiträge von YouTube und auf Instagram machen. Es gibt weniger Fragen auf YouTube, deswegen werden dann die meisten Fragen am Ende von Instagram sein, aber erstmal im Wechsel und dann die Fragen von Instagram. Also los geht's. Nicht wundern, ich werde währenddessen hier die Frage natürlich einblenden. Die erste Frage des Tages ist die erste auf YouTube gestellte Frage von CouchPotato. Findest du diese Überschwemmungen der YouTuber mit doofen Fragen wie Müslimilch, magst du Bratwurst oder Eistee, so und so nicht eigentlich bescheuert? Ja, ja finde ich, finde ich sehr bescheuert. Danke dafür, Al Blali. Wer das alte Meme noch kennt. Die erste Frage auf Instagram war dann passenderweise, magst du Bratwurst? Ja. Ja, ich mag Bratwurst. Die nächste Frage war auch wieder von CouchPotato. Wo befindet man günstig Repro, Wehrmacht-Henten oder Wehrmacht-ähnliche Hemden? Also bei Wehrmacht-ähnlichen Hemden muss man sich auf den Schnitt achten. Früher hatten Hemden einen größeren Kragen, hier auf dem Bild irgendwo wahrscheinlich sogar zu sehen, von meinem eigenen Feldhemd. Ich bin nur gerade zu faul, eins anzuziehen. Und Wehrmachtsfett bekommst du relativ gut aus verschiedenen Ecken. Also meistens liegen die bei, ich glaube, 30 Euro. 30 bis 40. Bei Lomax kriegst du welche für 35 inklusive Versand, wenn ich mir niederere. Also ein bisschen billiger, wenn du kleinere Größen hast. Und bei Gavin Nestor kriegst du sie auch. Da sind dann, ja, Nestor Größen. Die Kosten, glaube ich, irgendwie 38 Dollar, ist auch um die 35 Euro. Ja, ansonsten, es geht auch immer ein halbwegs zeitgenössisches Hemd, was du drunter an hast. Und auch Pullover. Also gewisse passende Pullover, so typisch Strickpulli. Aber das ist eher so was über dem Hemd. Und da drunter vielleicht ein drunter Hemd. Müsst ihr aber am Ende wissen. Ich bin schon mal mit einem langen, hemmeligen T-Shirt drunter rumgelaufen. Weil interessierte mich da bei dem Filmdreh nicht, da man meinen Kragen nicht gesehen hat. War für Hintergrundaufnahmen. So, die nächste Frage ist von Instagram. Thüringer Klöße oder Semmel Klöße? Von Lennart. Thüringer Klöße? Nein, die Erinnerung. Man merkt, ich habe heute ganz tiefen Bücher geguckt. Die nächste Frage ist von Leben in der Lage auf YouTube. Was ist dein Lieblingsausrüstungsteil bei der Wehrmacht? Das ist schwieriger. Ich mag ein paar Sachen. Ich bin eigentlich ursprünglich mal waffnach gewesen. Da würde ich für meine Bummen sagen, was ist nicht wirklich Ausrüstungskramen, den du nutzen kannst. Ich mag sehr gerne die Zeltbahn, Brotbeutel. Ja, die Messer sind ja so unbrauchbar, weil es meistens das Seitengewehr ist. Also eher nicht. Und ich mag den Rucksack gerne. Also die drei Teile. Brotbeutel, Rucksack und Seltbahn finde ich alle drei sind praktisch. Die kann man auch halbwegs außerhalb nutzen. Also Rucksack und Seltbahn auf jeden Fall. Die nächste Frage auf Instagram. Sind grüne oder rote Leuchtsterne geladen? Hierzu ein kleiner Clip. Das ist rot durch die Rot. Jetzt eine Frage von Springtrap Afton. Jetzt kommen die Fnaffi schon zu uns. Das wird ganz gruselig. Wie ich sehen in Renekta in so einem Exus Skelett. Warum ist die einzige große Renekta in NVA Gruppe in Italien? Wieso findet man sowas nicht viel öfter hier? Also zum Thema NVA Renekta weiß ich nicht viel. Ich habe ein paar Gruppen, glaube ich, auf Ebay mal gesehen, auf Ebay Kleinanzeigen, die nach Leuten gesucht haben, wenn man nach Renekta. Aber ich finde, man kann da nicht viel machen. Es ist wie Bundeswehr in den 80ern zu Renekta. Wie willst du da groß machen? Also NVA hatte mehr Einsätze als Bund, aber sie waren nicht in einem großen Konflikt drin. Du kannst halt bloß sowas wie Grenzwache gut darstellen. Dafür brauchst du auch die passende Entgebung. Aber ich finde es lustig, dass es einen in Italien geben soll. Habe ich vorher auch noch nichts von gewusst. Also danke für diese interessante Bereicherung. So, die nächste Frage auf Instagram ist ausnahmsweise mal vernünftig. Sie ist von RKKH David, der ist auch in der Gruppe. Warum wird meistens von Russen gesprochen, nicht von Sowjets? Ich weiß nicht, wie ich darauf antworten kann. Es ist eher so ein Propaganda-Ding als so ein Realismus. Weil ja, wenn man in Hinsicht auf Zweitweltkrieg spricht, sind sowjetische Soldaten und Soldaten der Roten Armee. Die Gefrote Armee wurde ja auch erst nach dem Krieg, meines Wissens, abgeschafft. Vorher war es wirklich offiziell die Rote Armee. Und damit ist das eigentlich die richtige Terminologie. Bloß wir in Deutschland haben sie immer als Russen bezeichnet. Vielleicht in Referenz noch, weil es früher das russische Zahlenreich war und deshalb der Russe. Vielleicht war man noch in der... Irgendwo in Irgendwo, dass das eigentlich Russland da drin steckt. Oder vielleicht einfach aus Propaganda-Grunden, weil erst mal hier nach dem Krieg hat man ja... Ja, im Hinblick des Kalten Krieges gab es auch Propaganda auf unserer Seite. Und da war es dann der böse Russe. Man sagt ja schon selten, der böse ist die Sowjet. Man sagt mal, ich habe gehört, der böse Ivan, aber das ist halt auch nur ein Synonym. Ich mache den Fehler auch. Es tut mir leid an jeden Russen, sowjet-Darsteller, der es macht. Ich versuche auch immer mehr, das zu gehen. Und schreibe teilweise zum Beispiel Rotarmist, hatte ich letztens in der Umfrage, wo da halt sowjet-Darsteller. Und für mich ist das mehr so ein Freischnauze-Begriff. Ich meine, das ist Freischnauze. Nein, die sowjetischen Soldaten des Zweiten Krieges sind keine Russen. Das sind alle möglichen Nationen und Nationen, alle möglichen Menschengruppen, Bevölkerungsgruppen drin. Und die Sowjetunion waren sicher ein sehr multikultureller Staat, auch wenn viele davon irgendwie scheiße behandelt wurden, unterdrückt wurden, etc. Das ist ein eigenes Subthema, was sehr interessant ist. Darüber kann man bestimmt auch mal im eigenen Video reden. Das war mir jetzt zu ernst. Kommen wir zu der nächsten Frage. Das nächste auf Instagram, um es ein bisschen fröhlich zu machen, ist die Aussage, geiles Meme. Ist keine Frage, deshalb kommt das nächste direkt. Kommen auch mal Filme in Bezug auf Westfront? Ja. Ja, werden irgendwann. Mit Glück sogar dieses Jahr, aber das ist eine Sache, da muss ich gucken. Wir machen meistens Ostfront, weil wir da selber mehr darstellende Möglichkeiten haben. Aber wenn meine Amerikaner Gruppe sagen wir, jo, wir würden eurem Film gerne mitmachen oder man eine Möglichkeit hat, da was zu machen, werde ich es tun. Und mit Glück habe ich eventuell nächsten Monat was, wo man was drehen könnte mit Westfront Bezug. Seid gespannt. Der Rotermist fragt, was ist der Unterschied zwischen Russland und der Sowjetunion? Also lieber Rotermist, der Unterschied zwischen Sowjetunion und Russland ist, Russland ist ein Land. Die Sowjetunion war, ja, eine Union verschieden, eine, meint ja verschiedene Staaten, wie zum Beispiel die USA, United States of America und damit ein großer Staatenkommunerat, die sich als ein großer Staat verstand. So, und da war Russland großartiger Teil von. Ja, das moderne Russland ist auch die russische Föderation technisch gesehen. Weil, solange ich meine Geografie kennen, sie sind mich gerade nicht bumsen. Und der Unterschied ist einmal, dass sie Weltunion untergegangen ist, Russland aber noch da ist. Klar, das Verhalten, was sie gerade mit unter den Tag legen, ist sehr ähnlich. Aber es ist nicht derselbe Staat, es sind nicht die selben Menschengruppierungen darin. Wie vielleicht vorhin schon angewähnt, und mir ist das gerade viel zu ernst, also gehen wir jetzt zur Frage auf Instagram. Da der mächtige Bär viele Fragen uns auf Instagram gestellt hat, weil er eine absolut süße Nudel ist, kriegt jetzt die Speed Bärenrunde. Wann machst du gutes Re-Negment? Immer. Lieber gleich einfach drauf loskaufen oder lieber gut recherchiert und dann kaufen. Also als Beginner. Als Anfänger recherchierst du meistens nicht so viel, aber ich würde immer Recherche im kleinsten, also im Minimalfalle, eben zurate ziehen, weil sonst endest du mit der Hände. Verhauen die Formen in der Haufe Kacke. Ja, ich meine, viele kaufen auch bei Shops gerne drauf los, weil sie sagen, oh der Shop, sie sagt ja schon, dass das Wehrmacht ist, also wird ja schon schlimm. Und dabei kann man dann auch übers Ohr gehauen werden. Nächste Frage, was war deine erste Veranstaltung? Die war in Baulo, damals bei einem Museums-Event 2017. Müsste ich nachgucken, wird ja eingeblendet. Auch mit einem Foto. Das war so ein Jubiläums-Ding. Ich glaube, boah, das ist eigentlich jedes Jahr was. Und das war eine sehr coole Veranstaltung mit Flugzeugen, Fahrzeugen. War eine geile Kiste. Und die letzte von Bären. Planst du eigene Veranstaltung durchzuführen? Geplant momentan nichts, weil ich keinen Zugriff auf ein Gelände habe, wo ich eine eigene Veranstaltung machen könnte. Nur auf ein Gelände, wo man filmen kann. Das ist leider nicht dasselbe. Ich würde aber gerne, aber ich helfe auch jedem, der eine Veranstaltung macht, gute Russen oder gute deutsche Darsteller heranzuholen, beziehungsweise würden wir auch als Gruppe immer wieder als Deutsche oder Russen halt auftreten. Also als Russen wollen wir schon zweimal eingeladen. Das machen wir gerne wieder, weil wir haben einen Haufen guter Jungs dabei, die auch gut Russen darstellen können. Und wir haben Kontakt zu einer wunderbevollen Russen-Eckman-Truppe der 75-Glade. Also, wenn ihr das Interesse an Russen-Darstellung habt, meldet ihr beim RKKA David auf Insta, der ist so ziemlich deren Frontmann. Die haben keine wirkliche Leitung, aber es ist quasi deren Frontmann. Oder man fragt beim Bruder Mist, der ist da auch mit drin. Das ist lustig, dass ich dem einen eher rate als dem anderen. Der andere hat eine größere Präsenz, aber egal. Das war die Bärenrunde. So, das nächste ist vom Westland-Wolf. Was mich, mich würde, nee, ich kann nicht reden. Mich würde interessieren, was mir einen Eckman im Durchschnitt kostet, Bekleidung und Ausrüstung. Einen guten Durchschnittswert zu finden für das Reenactment ist schwer. Russisch ist allgemein ein bisschen günstiger als Deutsches. Du kriegst eine maßgeschneidete Uniform, also Bluse, Hose mit Schulterklammen um die 100 bis 120 Euro. Plus vielleicht Versand, aber auch nicht so teuer. Und bei Ausrüstung ist auch nicht so teuer, aber bei deutschem 400 plus musst du mindestens rechnen. Und das nur für Uniformen und Ausrüstung. Wenn man Glück hat, kriegt man Sachen billiger und das ist halt nicht schlimm. Und es ist auch nicht schlimm, wenn du nicht alles am Anfang hast, dann holst du es dir peu a peu. Doch, ich habe eine Frage von Bären übersehen. Also hier noch eine Bärenfrage. Lieber WH oder Sowjet-Darstellung? Da tut aber es übrigens direkt ein Kommentar vom RKK-David. Danke für diese wundervolle Formulierung. Ja, danke Bärchen für diese Formulierung. Und danke dafür, Ibladi. Tatsächlich finde ich beides gleich gut. Probieren wir was Neues. Find-Darstellung. Das kommt auch noch. Dann jetzt noch eine Frage von Kratmelder. Wann wird PEW zugeben, dass ihr von die klauen? Ne. Wann wird PEW zugeben, von die zu klauen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eher so zwei Gruppen, ein Gedanke. Die haben ja auch gewisse Zeit zur Vorbereitung für ihren Krams. Vielleicht haben sie das durchgemobst. Wir wollen wahrscheinlich aus, weil sie ist eine Video-Frau veranspricht. Das sind die beiden um die Stahlämme. Die haben sich einen Monat vor dem gemacht. Also das ist so. Kann einfach nur zwar der selbe Gedanke sein. Schreibt euer Statement dazu in den Kommentaren. Bei mehr Urteile werde ich hier nicht nennen. Nächste Frage ist Lieblings für ein Eggman, egal welches. Und was ist dein Lieblings Ausrüstungsteil? Also paraphrisiert. Mein Lieblings für ein Eggman ist immer noch eigentlich die Veranstaltung Deutsch oder Sowjetisch halt auf mehr der taktischen Ebene, wo ich mir zuschauen und nicht wirklich die spezifische Seite von den beiden. Ich würde auch gerne noch finden machen, aber das wird auch noch eine Sache. Die Arbeiter habe ich glaube ich eben schon erwähnt. Und mein Lieblings Ausrüstungsteil, egal ob sowjetisch oder WH, ist mein Meshok dann eher schon. Mein Rucksack, den habe ich tatsächlich. Also es kommt darauf an, mein Lieblings Ding wäre eher, was ich in meiner Freizeit wirklich nutze. Und da trage ich natürlich am meisten das hier und das hier als Jacke. Deswegen mein Schlupfett und meine Mütze. Weil die habe ich mir wohl für privat und nicht für so wie Neckman. Aber trotzdem, ne. Es gibt verschiedene Optionen. Bleib auch meine Zeitbahn. Oder meine Rucksäcke. Mal gucken. Oder meine Kniften. Ja, meine Kniften. Ich mache meine Kniften eigentlich am liebsten. Enki 43. Ich hatte so viele schöne Dinge. Ah, ich konnte so viele Bilder einblenden. Vielleicht mache ich mein eigenes Video dazu, wenn ihr das wollt. Nächste Frage ist... Können... Meinung zur Erbsensuppe? Es ist Suppe. Aus Erbsen. Well done. Bevor zu gelinden, Suppe. Können wir diesmal auch nachts angreifen? Nein. Sind neue Events schon bekannt? Da das von einem ist, der Russen darstellt. Keine Russischen sind mir bis jetzt bekannt. Ich habe momentan nur zwei, drei... Deutsche... Ich habe schon wieder Russen Events gesagt. Fuck! Sowjetischen Events sind keine geplant. Man merkt, es ist viel zu tief drin. Ich glaube, es liegt an dieser verdammten Propaganda. Es ist einfach drin. Sowjetische Events habe ich keine im Kopf, momentan leider. Und... Aber ein paar Deutsche. So zwei, drei Stück. Wo ich nächsten Monat zu einem Falle. Da mache ich wahrscheinlich auch einen Flach draus. Wird cool. Äh... Lieblings Panzerkampfwagen. Lieblings Selbstfahrlaufer. Ich bin ein großer Fan von den kleineren Panzern, weil... Äh... Diesen wenigstens realistisch genutzbar. Also... Ich mag Panzer 2. Ich mag Panzer 3. Ich mag Panzer 4. Also Panzer 14. Weniger, aber Panzer 2 und 3 finde ich ganz cool. Und Lieblings Selbstfahrlaufer hätte... Ich mag den Panzer 3. Ich mag den 38 T. Eigentlich am liebsten. Der ist egal. Der ist cool. Der ist einfach cool. Irgendwie... Nichts noch nicht nutzbar, aber cool. Und Selbstfahrlaufer hätte... Entweder Marder, Hornisse oder Stock. Wenn ich so mehr... Der Fahrzeug dort war ich früher, war ich ja noch mal so einen kleinen Almanach und alles. Vielleicht hätte ich das mal während des Streams erwähnen sollen. So, da sind wir schon fast am Ende. Jetzt kommen noch zwei Fragen. Von... Ne, den Namen sag ich nicht. Das wird ihr ja sehen. Ab wieviel Jahren sollte man deiner Meinung nach mit dem Reenactment anfangen? Und wann hast du angefangen? Ich habe mit 18 angefangen, wenn ich mich nicht irre. Also technisch gesehen vorher. Beim Software habe ich es ein bisschen rumgelüttelt. Aber bei einer Gruppe bin ich jetzt erst mit... Ich glaube frisch 18... Ich werde es uns hier einblenden. Das Alter müsste ich nämlich nochmal genau nachgucken, weil mein erstes Event war. Ich war noch keine 20. Ne, ich muss 18 gewesen sein. Beim ersten Event war ich 19. Aber vorher habe ich auch schon rumgedüdelt in der Szene, weil ich Filme mit einem Kumpel machen wollte. Mit dem ich ursprünglich auch die Filmgruppe von drei Filmwerke aufgemacht habe. Und dadurch bin ich irgendwie ein bisschen länger da drin, um die Sachen zu besorgen und zu gucken, was man wie braucht und welche man bekommt. Bekommt also irgendwann zwischen frühestens mit 16 bin ich in die Richtung angefangen. Ganz einfach habe ich noch Amerikaner gemacht. Weil mir meine Eltern nicht erlaubt haben eine deutsche Klamotte zu kaufen. Die Zeiten waren scheiße, wo man sich noch alles von den Eltern abhängig hatte. Und dann so peu a peu Richtung Deutsch, Russisch. Also fuck, sowjetisch. Man merkt, du musst die rauskriegen. So. Ich hoffe, dass er die Frage beantwortet. Die letzte Frage ist schon wieder von Mächtigen Behrend. Du hast echt viele Fragen gestellt, du Nudel. Mach mal ein Video, wie man Erbsensuppe als Erbswurst selber herstellt. Nein. Ich bin... Wieso Erbsensuppe? Vor allem Krati hat drunter geschrieben. Hab ein Rezept, könntest du Wongel eigentlich machen? Immer diese Wongel ist hier. Schlimm. Meine Jüte. Aber immerhin. Niemand hat mich nach Eistee gefragt. Ich glaube, ich mach mir gleich ein. Danke für eure tollen und vielseitigen Fragen, die von Memes bis zu vernünftigen Fragen gingen. Finde ich toll. Ich mag es halt ganz gerne mit euch als Community zu interagieren. Und deshalb mache ich auch gerne die Streams. Das macht mir großen Spaß. Wahrscheinlich wird, wenn dieses Video online kommt, wie am Sonntags streamen. Schaut da mal rein. Also das ist dann der Ostersonntag abends natürlich. Weil... Ist halt der mittlere Sonntag im Mond. Ist halt du. Denkt dran, bei 1000 Abonnenten gibt es dann den Livestream in der Verlosung. Ich habe mir, glaube ich, schon eine gute Idee, entweder kriegt wer eine Bluse oder eine Ausrüstungspäckchen rund um den Brotbeutel. Aber mal gucken. Vielleicht kann ich noch was Cooleres organisieren. Das wäre es dann aber für heute. Frontalfilmwerke out. Wir sehen uns im nächsten Video. Man merkt, mein Fokus ist auf Geschichte und mein Punkt läuft gerade hier unten rum. Ich hoffe, man hört hier nicht. Du musst gerade, Bane, Yunus. Was? Das ist dein Problem. Wenn du hier schon rumhopst. Hier, ich habe einen Hund. Und jetzt gehen wir an was hin. Bane hier nicht rum. Und da ist er mehr. Nun. Alles. Tack. Hallo- cảm, Mist. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020